Jetzt haben wir den natürlich unten die Verbindungsstraßen gekappt. Oh, okay. Ah, okay. Super, da haben wir die auch wieder hingekriegt. Geile Sache. Fein. Ich würde am liebsten hier unten irgendwie eins reinbauen. Bin mir aber gerade überhaupt nicht sicher, wie ich das veranstalte. Kann ich denn? Ne, das passt da nicht rein. Verdammt. Ich probiere gerade ein bisschen rum. Ich denke gerade nach im Hintergrund, deswegen erzähle ich gerade nicht so viel. Schnellstraße. Ich habe hier jetzt vor. Dreh dich mal andersrum. So rum. Genau. Oh, das wird teuer. Fällt mir gerade auf. Seht ihr, was ich vorhabe? Alter Schwert. Ich würde gar nicht wissen, was die kostet. Halt. Ich muss die ein bisschen umplanen. So. Boah, das ruckelt gerade wie sau, ey. Komm schon, schwing deine scheiß Pfeiler da drüber. Ja. So. Klappt wieder nicht so. Da fangen wir halt von hier wieder an. Bauen wir erst mal den Abteil, äh, das Abteil fertig. So, komm mal hier jetzt eine Brücke drüber. Na, komm schon, komm schon. Ja. So. Geil. Erstmal fertig bauen. Kleiner Trick. Verschiebt sich das dann im Nachhinein nicht. Alter, das ruckelt so sehr. Wenn es berechnet, wo die Straße lang gehen kann. Okay, die treibt uns jetzt in den Ruin, die Autobahn. Aber ich hatte irgendwann mal erwähnt, dass wir mal eine bauen. Und das machen wir auch jetzt. Ho, 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 ho. 30.000. Ha, Alter. Das ist sowas von einem Arsch. Das ist aber auch eine sehr, sehr lange Brücke, muss man dazu sagen. Okay, die setzen wir direkt dann hier wieder an. So, dürfte er dann auch gut benutzt werden, hoffe ich mal. Ach, Gott, 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 Gott. Das ist nicht so einfach. 3.200, oh Gott. Wir sind fast bei plus minus null mit dem Cashflow. Haben aber noch 5 Millionen übrig. 5,5 sogar. Können wir ruhig noch ein bisschen was mit anfangen. Hoffentlich haben die auch eine höhere Priorität, die Autobahnen. Dass die halt lieber genutzt werden, als wenn die hier so durch die Stadt kreuz- und quertuckeln. Ach, guck mal. Hier ist ja aber was los. Zumindest hier unten in eine Richtung. Oh, Stau auf der Autobahn. Was ist denn hier los? Ich verarschen. Geht's hier nicht weiter oder was? Ist das nur hier so? Hier ist es auch so. Hier warten die auch davor. Ist das nur mal? Scheiße. Müsste ja funktionieren. Das hat uns ja vorhin angezeigt, dass es das miteinander verbunden hat und wird schon klar gehen. Das sieht aus, ey. Die Riesenbrücke. Wie sieht's denn hier bei dem Übergang aus? Hier warten die auch davor. Oh, das ist alles so komisch gerade. Da vorne kommen sie wieder rausgespuckt. Wer weiß, wer weiß. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht irgendwie verbuggt. Nach all den Jahren immer noch. Dass das vielleicht überhaupt gar nicht funktioniert. Verkehr ist hier. Fließt C. Müsste ja hier auch stehen, oder? Nee. Fließt ungehindert. Hier auch. Komische Sache. Ich hole uns mal noch ein paar Einwohner ran. Das war wenigstens die Millionen noch voll machen. Ungelernte bräuchten wir auch wieder. Da haben wir auch keine mehr. Auch die hier nochmal mit dran. So. Haben wir da nochmal eine Verbindung. Machen wir dasselbe auch nochmal bei den Qualifizierten. Geht nicht ganz. Okay, dann halt so. Haben wir hier unten nochmal eine kleine Doppelstraße. Das könnte dann fast reichen, dass wir die Millionen zusammen kratzen können. Kriegen wir nochmal ein bisschen Geld. Ach ja. Sah am Anfang und zwischendurch auch echt gut aus. Aber dann habe ich echt nicht so drauf geachtet, dass uns hier oben dann, wo ich ja dachte, dass wir hier noch alles vollbauen können, das natürlich für Landwirtschaft reserviert war. Die kleinen Arme, die hier abgehen, das sind die alten Ölquellen, die wir auch gebraucht haben für den Kraftstoff. Unsere Monster. Wie lang ist denn die Brücke eigentlich? Fünf Kilometer? Das geht. 4,8. 4,8. Schade. Ich glaube, wir führen die Straße, äh, die Autobahn hier hinten einfach. Das ist so dumm, dass ich das hier nicht anbauen kann. Führen wir hier dann einfach mal zum Ende. Und dann machen wir hier hinten nochmal eine Schnellstraße dran. Achso, das geht ja auch nicht sofort zu verbinden. Ich muss ja erst ein kleines Stück bauen und dann den Rest. Das reparieren wir wieder. Oh, 888.889 Einwohner hatten wir eben. Wir haben immer noch Minus, hä? Obwohl neue Bewohner dazukommen? Ah, okay, die lassen nicht so viel an Steuern springen. Wir haben jetzt natürlich auch nochmal viele Arbeitslose bekommen mal dazu. Baue ich vielleicht nochmal ein bisschen Produktionsgewerbe irgendwo hin. Ach, kommen wir ruhig. Kommen wir ruhig die Hohedichte bauen. So, was soll der Geiz? Machen wir noch ein bisschen Spaß. Das hat mir dann letztendlich so ein bisschen das Genick gebrochen hier mit der Landwirtschaft. Hätten wir nicht machen müssen, aber es hat echt viel gefehlt. Na, ich dachte am Anfang echt, die Karte ist richtig gut, weil wir hier halt alles machen können. Auch diesen bescheuerten Tourismus. Wir können uns ja nochmal dieses hervorragende Urlaubstil ansehen und nochmal genießen. So, fertig. Okay, die dürfen jetzt genügend Arbeit finden. Vielleicht nochmal ein paar Führungskräfte raushauen. Ach, kommt, hier hinten mit dran. Und dann müsste es reichen. Ach, kommt. Nochmal. Ich bin heute nicht so geizig. Okay. Kriegen wir nochmal ein bisschen Geld dazu. Müsste auch reichen. Müsste für die Millionen reichen. Was ich ja auch geil finde, wenn man sich so ein bisschen um den Internetausbau kümmern müsste in der Stadt. Es gab ja früher bei den SimCity-Teilen immer hier das Abwasser, Stromversorgung, also Stromnetz ziehen und so weiter. Dass man das heute einfach mit dem Internet so macht. Also Sendemasten bauen oder Glasfaserkabel legen in der Straße oder irgend sowas. Oder dass es das halt in Verbindung mit dem Straßenbau schon gibt. Oder dass man das auch irgendwann später nachrüsten kann. So was in der Art. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Idee. So ein bisschen, ein bisschen Innovation fehlt in Städtebausimulationen. In den letzten Jahren gab es ja nicht wirklich viele. Das Letzte, was mich wirklich richtig lange auch gepackt hat, kam letztes Jahr. Ziemlich genau von einem Jahr im Februar 2014 raus. Das war Banished. Das ist echt eine sehr schwere, harte Mittelalter-Simulation. Und da ist auch wirklich jeder kleine Bewohner simuliert. Ist auch eine super Sache. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Haben es auch schon länger nicht mehr angerührt. Mal sehen, vielleicht mache ich irgendwann dazu nochmal was. Hui, guck mal hier im Flugzeug. Die wollen schnell weg von unserer Stadt. Hier würde ich auch nicht wohnen wollen. Obwohl, es gibt eigentlich, es gibt schlimmere Plätzchen auf der Welt. Hier auf der, zum Beispiel unsere erste Stadt. Da lief ja gar nichts mehr rund. Hier ist es ja noch im Rahmen, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Also wenn das hier oben alles voll ist, dann kommen wir echt nochmal richtig gut an Geld. Aber dafür fehlen natürlich Büros. Dürften doch fehlen, oder? Minus, ach du Scheiße. Minus 13 Büro. Minus 10 Schwerindustrie. Das fehlt hier zu langsam an allen. Bauen wir da auch nochmal ein bisschen hin. Gucken wir mal, vielleicht reicht es von den Einwohnern her. Die Straßen sind, ne, die Straßen sind nie im Leben verstopft. Wir haben doch hier unten ein Stück Autobahn. Oh, guck mal, die wird auch gut benutzt. Die ist jetzt hier nur noch gelb hier oben. Orange. Oder braun oder was das sein soll. Hier, ne, so gelb, orange, braun. Mittel verstopfte Straßen. Fühlt sich echt nochmal auf, unser Konto. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dafür liegt halt einiges auch im Argen. Und gleich haben wir die Millionen Einwohner durchbrochen. Schauen wir mal hin. 5.000, 4.000 fehlen noch. Dann schalten wir auch nochmal ein paar neue Gebäude frei. Vielleicht sogar nochmal was richtig Gutes und Sinnvolles. Schauen wir mal. 2.000 noch. 1.500. Kommt schon. 800. Ja. Eine Million Einwohner wieder mal erreicht. Dafür haben wir Spitzenkräfte. Auch hohe Dichte. Bauen wir uns gleich mal ein paar irgendwo hin. Dann schauen wir mal, wie das aussieht. Genau so möchte ich es nicht haben. Ja, dann halt so. Das sind trotzdem kleine Gebäude. Guck mal an. Kriegen die keine großen? Toll, die genau das gleiche daneben gebaut. Das ist für sehr abwechslungsreich. Da müssen sie nur so bedinger stehen. Ach, natürlich. Mit Hubschrauberlandeplatz oben auf dem Mondgebäude. Wie ist denn das gleiche hier oben? Das ist dieses L aus Tetris. Einzelhandel. Auch da haben wir nochmal... Oh, Freizeit. Haben wir nochmal was Neues? Nö. Wahrscheinlich bei kulturellen Einrichtungen. Oder? Ist das hier neu, das wissenschaftliche Museum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir bauen einfach mal eins. Geld haben wir ja. Ja, noch so ein oldes Hightech-Hotel hin. Was gibt es denn noch? Städtische Einrichtungen. Sicherheit. Das Mehrzweckzentrum. 100.000 Credits Betriebskosten. Bietet alle Dienstleistungen einer mittelgroßen Stadt zu hohen Kosten. Gesundheit dürfte das gleiche sein. Bin irgendwie kein Freund von den Teilen. Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir auch nochmal Big Ben. Plus 10% Zufriedenheit mit der Bildung. Die Arena. 28.000 Betriebskosten. Alter. 100.000 für Big Ben. Kann mir jemand sagen, was das Westerwerk ist oder wo das sein soll? Sagt mir überhaupt nichts. Alles andere schon. Gucken wir hier, die beiden gebaut. Schon hast du bloß 20% Zufriedenheit mit der Bildung. Die anderen Drecksdinger verbessern bloß das Lebensumfeld. Die berühmte Sehenswürdigkeiten Los Angeles. Da steht halt nicht überall da, was es ist. Verbessertes Lebensumfeld. Wuhu. Mehr rückt nicht raus. Die Info. Speichern. Jawohl, was haben wir hier gebaut? Ein Großhandelgeschäft. Ein Großes Einzelhandelgeschäft. So ein Einkaufszentrum wahrscheinlich. Mit Spieleparadies. Bällchenbad. Für die Männer. Und hier nebenan können auch die Kinder spielen. Hub, hub, hub. Hier wird immer fleißig rumgehubt. Ach ja. Da haben wir doch nochmal einige Zeit hier verbracht. Schade, ich habe echt gedacht, es läuft ein bisschen besser dann nochmal zum Schluss hin. Aber platztechnisch ist hier dann, wir haben zwar echt noch Platz und könnten noch ein bisschen was machen, aber ressourcentechnisch wird es dann echt eng. Die Aufnahme-Session ist gleich erstmal vorbei. Ich überlege mir dann mal was. Ich denke mal, ich hänge noch zwei, drei Folgen dran. Dann ist es ja eh bald Ende Januar. Und dann schauen wir mal, was der neue Teil so mit sich bringt. Und wenn alles gut geht, was ich echt hoffe, dass es gut wird, das neue Spiel, dann sehen wir uns bei Cities XXL. Wenn nicht, dann überlege ich mir was anderes. Was wir dann machen, dann programmiere ich selber eins. Ganz einfach. Können wir uns waren sicher und dann sehen, was dabei rauskommt. Naja, irgendwann wird die Autobahn doch nochmal benutzt. Die wird auch immer verstopfter. Nö, die bleibt zwischen gelb und grün. Das ist echt super. Das gefällt mir zum Beispiel richtig gut an dem Spiel. Dass es sehr genau anzeigt, wo Verstopfungen sind und wo halt nicht. Das ist eine super Sache. Bloß von den guten Dingen wie das gibt es halt nicht allzu viel, wenn man genauer hinschaut. Na gut, okay. Ich verabschiede mich jetzt erstmal bei euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und haut rein. Wir sehen uns nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.